Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Es wird mal wieder Zeit für eine Challenge und dieses Mal habe ich mir folgendes überlegt. Ich werde dieses Fläschchen mit Zitronensaftkonzentrat in dieses Glas umkippen und die ganzen 200 Milliliter versuchen auf Eggs zu trinken. Mal schauen, ob es mir gelingen wird. Ich stelle mir das ziemlich eklig vor. Mal schauen, ob ich das überhaupt schaffe. Erstmal die Flasche öffnen. So. Yay, ich habe es offen bekommen. So. Ich hatte erst überlegt gehabt, ob ich das direkt aus der Flasche trinke, aber das Loch ist zu klein und ich denke mal, weil das Loch zu klein ist, ist es richtig ekelhaft, weil das auch noch so ekelhaft lange dauern wird, bis die Flasche leer ist. Deswegen kippe ich das in das Glas um. So. 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 So, alles ist raus und die Flasche ist auch richtig gut zerdrückt. Hier der Beweis, die Flasche ist leer. So, im Glas sieht das aber ganz schön viel aus. Ich werde es definitiv nicht schaffen, denke ich mal. So, erschreck mich doch nicht, du Flasche. Es geht los. So, ist das ekelhaft sauer. Oh, sauer und bitter. Scheiße, ich sabbere die ganze Zeit. So, ihr seht, ich komm mal ein bisschen nach vorne. Die Flasche, äh, ich sag schon Flasche, das Glas ist so gut wie leer. Es ist nur noch ein ganz kleiner Schluck übrig. Also Challenge würde ich sagen, weil ich großzügig zu mir bin, bestanden. Ich nominiere zwei Leute, und zwar Natur-Uri und Ramses der Dicke. Mal schauen, ob die sich diese Challenge auch zutrauen werden. So, das war's jetzt auch von mir. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wartet noch. because of mich noch die Zeit. Ich hoffe, euch noch mal, das war's. Ich hoffe, euch noch mal. Also, ich hoffe, euch noch mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020